Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Es ist ein Street Brother, aber... Moment, es ist ein wenig zu laut. Mikro ein bisschen... Äh, ja, auch nicht das Mikro, mein... Mein Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. Ich bin gerade aufgestanden, so... Ja, meine Stimme könnte sich ein bisschen... Verpennt anhören. Hey. Wow. Oh, ich hab... Ich hab keine Kohle, ey. Nein. Müssen wir uns halt das wieder zusammenstehlen, nicht? Ähm. Es sind ja nur ein paar hundert Florenen. Guck mir. Ha. Bling, 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 bling. Bling. Bling, bling. Bling, bling, bling. Ho, ich denke, wir haben genug, ja, haben wir. Höh, äh, 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 so. Ja, was, 1500? Boah, ich bin echt noch am Schlafen, ey. Höh. Entschuldigt, Leute. Geh mir. Oh. Oh. Ah. Will ich mir schlagen. Ja. Ja, das hast du davon, wenn du mir anlegst. Das hast du davon. Ach. Ach nee, ich brauch noch etwa 50 Gold. Oh. Komm, da kommen sie. Ach, scheiße. Tja, gut, da. Was willst du hier? Penst du oder was? Haha. Der hat vielleicht auch noch was... Oh, nicht schlecht. Armbrustbolzen, 27 Florin. Und doch Medizin und... Alles mögliche. So. Also jetzt haben wir ja, glaube ich, genug Florin gesammelt. Unnötigerweise zwei Minuten verplempert, aber... Ich meine... Das tut man nicht alles für... Das Einkommen. Jawohl. Ha. Auf 4.120 Florin gestiegen. Nicht schlecht. Okay, ich denke, wir... Verpissen uns mal... Scheiß, Kameraführung. Ja, ich denke, wir verpissen uns. Kampagne zu 25% renoviert. Okay. Schon so viel bin ich so gut. Okay, ähm... Ich frage mich gerade, ob hier ein Tunneleingang ist, weil ich will zum Ausrufezeichen. Ähm. Ähm. Ja, hier wäre ein Tunneleingang. Ist mir aber zu weit entfernt. Hier wäre eine... Ähm... Weißt du was? Warte, hier hat's einen... Gehen wir den hier. Doch. Aber... Wir werden noch nicht direkt zum Ausrufezeichen gehen. Also zur Mission. Denn ich habe noch etwas anderes vor. Ähm. Was werdet ihr... Sehen. Gleich. Bald. Sehr bald. Warte, warte. Warte, warte. Nehmen wir mal da draus hier. Oder... Oh mein, ey. So ein Stepbit. Oh mein, ey. Oh mein, ey. Oh mein, ey. Oh mein, ey. Wäre ja dumm. Ah, hier waren wir ja mal. Das war ja hier... Hier waren wir am Anfang... Am Anfang. Nostalgie. Moment. Äh, ich wollte jetzt eigentlich hier hin. Jawohl. Zur Kaserne. Vorerst. Doch. Okay. Wenn sie mit ihren Fäusten kämpfen, können sie ihren Gegner entwerfen. Halten. Plus drücken. Und, ja. Äh, ja. Nein. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ähm. Äh. Warum ist der Marker immer noch hier drin? Ich habe ja... Ja. Benutzt. Entschuldigung. Ein bisschen unanständig bin ich. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay. Ein Tunneleingang. Und hier ein Aussichtspunkt. Hier noch ein Taubenschlag. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Obwohl, das hier wäre geil. Dann machen wir auf den Weg gerade... Ja, gerne. Ein verstecktes Romulus wäre ja... Ist ja ziemlich nice, oder? Hier hat es so einen Glyphen, aber... Die Glyphen scheißen mich ehrlich gesagt immer an. Wie kann ich diesen Borja Tower... Aha. Aha. Aha, aha, aha. Fuck. Ja. Hihi. So, was hat man normalerweise davon? Wenn man sich mit mir anlegt. Kugeln voll. Gift voll. Gift voll. Gut, nice. Ähm, wo ist mein Haus? Nein, nein. Oh, du bist so dumm, ey. So dumm. Oh. Das hier noch renovieren. Ein Schaden tut's nicht. Schaden tut's nie und nimmer. Ja. Ähm, aha, 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 aha. Oh, die Drecks. Sechs von 18. Also schon ein Drittel haben wir renoviert. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh. Aha. Entschuldigung. Es ist wohl so ein Lager hier. Hm, äh. Komm her. Franzosen sind das. Sehen so blau aus. Na, komm du nur her. Oh. Ha. Wie gesagt, das bekommt man davon, wenn man sich mit mir anlegt. Münzen vom Vlad den Pfähler. Und 500 Goldstücke. Nicht schlecht. Oh, schon wieder ein Einkommen. Nein, bezahlt. Ein G zahlt. Ein B zahlt. Fassigal. Oh. Tut mir leid, Leute. Es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich euch einfach so ausrauben muss. Also damit ist halt nicht ihr gemeint. Sondern die Bastarde, Leute. Naja. Es ist schon wieder ein Spast. Können wir sehen. Und nachschauen. Ja, den bekomme ich unmöglich mehr. Lovely. Oh, oh. Lovely. So, ja. Was ich noch erzählen wollte. Ich habe jetzt Ferien. Das heißt, ihr dürft euch freuen über vielleicht ein paar mehr Let's Plays als sonst. Mindestens eins pro Tag. Jetzt habe ich ja zwei Tage nichts mehr geuploadet. Also heißt, diese Folge jetzt, die ich jetzt aufnehme, wird heute auch hochgeladen. Also, heute ist der 22. Äh, 22. April. Und heute Abend wird das Video dann online sein. Und wir betreten hier diese Gruft. Uah. Uah. Wo ist denn der Eingang hier? So. Wehe das wieder so mit Zeitdruck und so. So mit 8 Minuten und so. Das würde mich, das würde mich, das würde mich stressen. Wirklich. Peace, Ezio. Ich hasse solche, ihr wisst schon, so Zeitdruck-Missionen. Ich hasse sie einfach. Drücken Sie Escape und greifen Sie der Datenbank auf. Bla. Mein Computer ist einfach zu schnell. Ja, das sieht. Nach Zeitdruck aus. Ich weiß es nicht. Du schu... Ah. Nicht mehr als drei Quadrate für der Gesundheitsanzeige verlieren. Ja, das sollen wir hinbekommen. Einfach nirgends runterfallen und... Schon hat sich das geritzt. Ja. Ah. Okay, wo muss ich denn jetzt hier durch? Nein, dort geht's nicht durch, also muss ich hier durch. Offensichtlich. Ha. Boah, bin ich gut. Umschalt. Sehr nett von dir. Ähm. Geh mich hier durch. Ähm. Oh. Was ist das für ein Bastard, Don? Sch. Ganz leise. Und schnell. Ah, fuck. Hilfe! Romulus, Rimas ist weg! Romulus. Es ist, dass er zu fern, als Rimas zu fern. Okay. Moment. Äh, für diese Typen habe ich ja immer noch mein Kurzschwert. Was soll mir jemand erzählen? Ich bin scheiße im Kamm. Okay, ja. E inte this right, Tim. By your borger masters? You know nothing. I know you receive and cipher letters from them. Prove your innocence. Tell me where the code seat is hidden. Never. Never. So Verfolgungsmissionen sind öde. Nein, öde sind sie nicht. Es sind spannend, aber ich kann den... Ich kann meistens nicht mit der Spannung... Die Spannung ist dann einfach zu groß. Wow, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Komm, zopp. Ach, war ja klar, oder? Oh, ich will dich töten. Nein. Schwach. Wo jetzt? Hier. Merda. Welcher ist das? Da hilft natürlich unser gutes altes Adlerauge. Naja. Es hilft so mittelmäßig. So, mal sehen. Ah, da kann ich nicht rauf. So. Mal gucken, eh. Oh, dort hat es eine Border Flagge. Sehe ich gerade. Ah. Moment. Aha, hier hin. So. Aber ich habe keinen Bock, diese Border Flagge zu holen. So Border Flaggen sind mir so ziemlich schnuppe. Wenn sie nicht gerade offensichtlich irgendwo sind. Also. Dem Plan nach, oder dem Minimap nach, müsste die ziemlich genau hier sein. Ist er aber nicht. Also. Aha. Dort ist er. War ja klar, ne. Also der Typ, der ist gerade dort vorne. Und jetzt kommt, glaube ich, gerade etwas sehr Unangenehmes. Komm, steig auf da, Pferd. Galopp. Wow. Ich kann nicht reiten, ey. Das ist so öde. Das kann ich nicht. Ha. Wow, 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 wow. Ach, du Arschloch. Nein, 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 was tut du? Was tut du, Ezio? Oh, jetzt haben wir schon verloren. Alter. Ist es sich wohl oder übel hier durch? Okay. Nein, 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 du Schwein. Nein. Nein, nein, das ist ja behindert. Nein. Nein. Oh. Fuck. Ich wollte jetzt eigentlich so einen Attentat hinkriegen. So ein cooles. Warte. Naja, scheißegal. Machen wir es auf den konventionellen Weg. Okay. So. Tod ist er. Den plindern wir mal schön. Neun Florin. Du Arschloch. Terracotta-Gefäß. Mal schauen, was die so dabei haben. Ah. Das ist mal besser als in... Oh, fuck. Ich habe 15 Bolzen. Also es ist voll. Das Maß ist eindeutig voll. Wir haben noch kein Gesundheits... Gesundheitsquadrat verloren. Also sind wir relativ gut dran. Ich habe gerade gemerkt, dass ich ins Mikro geblasen habe. Glaube ich zumindest. So. Da muss ich wohl... Ja, das vorhin war wirklich ein Fail. Ich wollte ihn schön mit einem Attentat... So vom Pferd... Von Pferd zu Pferd umbringen, aber... Habe es nicht geschafft. Ich bin ein elendiger Loser. Oh, oh, oh. Scheiße. Ah. Wenn nicht, haben wir ja kein Leben verloren hier. Ja, scheiße. Ja, Ness. Aha. Aha. Wow. Alles, alles was er hier hat. Ha. Zweites Romulusgrab. Abgehakt. Schatz, der Anhänger Romulus finden. So. Was haben wir denn hier schön? Das ist eine Truhe. Mit Weihrauch drin. Oh, fuck. Und hier eine Truhe mit... Geld. Ah. Geld und gar nichts anderem drin. Und hier eine Truhe mit... ...buddhistischen Gebetsperlen. Mit buddhistischen Gebetsperlen. Was ist denn der Scheiß? Und hier Geld. Gut. Eigentlich nicht schlecht. So. Oh ja, das ist ja gerade sehr mysteriös, dass ich genau, wenn ich die Schriftvolle rausnehme, genau dann diese Tür dann so aufspackt. Na komm schon, Stoß. Gut gemacht, Ezio. Gut gemacht. Den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Nicht mehr als drei Quadrate der Gesundheitseinzeige verlieren, haben wir geschafft. Hundertprozentige Synchronität. Boah, sind wir gut, ey. Dang. Während einer Verfolgungsjagd werden Wachen, die sie nicht sehen können, in Gelb. Das, Ezio, hast du gut gemacht. So, wir haben vierhundert... Näh, viertausend, zweihundert, zwölf oder zweizehund. Okay, ich, ich, ich. Verpiss dich. Dankeschön. Den Arschlöchern hier irgendwie zum Drama zu machen, ey. Ey, wirklich, ey. Nein, ey, das kann ich nicht haben, ey. So, jetzt holen wir mal unser schönes Pferdchen. Und wir reiten zum Ausrufezeichen. Obwohl, nein, wartet. Ich habe ein bisschen die Zeit vergessen. Obwohl, 20 Minuten. So als Entschädigung für, ähm, ja, die letzten zwei Tage. Keine, keinen, keinen neuen Part. Ist heute ein bisschen ein längerer Part. Nicht ganz entschädigend, aber... Naja. Sei's drum. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Morgen für mich und einen schönen Abend für euch. Peace, Leute. 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 Peace, Leute.